Und zurück zu Batman Arkham Knight, so. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir die blöden Kobra-Panzer endgültig zerstören. Schon sonst die uns nicht gleich orten. Ich muss ja die immer von hinten erwischen. Okay, da ist schon mal einer. Dann scheinen wir mal, dass die da irgendwie hinten rankommen. Okay, da ist einer. Da wollen wir gleich mal zurück gehen. Oh, wir können hier nicht rein. Kein Feind in Sicht. Das bedeutet nichts. Er ist da. Vertrauen Sie mir. Warum kann ich die nicht abknallen? Okay. Da ist einer. Okay, Nummer zwei. Dann kommt jetzt genau hier lang. Wie ist denn der Status Sergeant? Unterwegs, Sir. Etwa zwei Kilometer südlich der Zielposition. Schauen wir uns ja mal in den nächsten. Gebiets-Scan abgeschlossen. Hier ist nichts. Am nächsten Mal schneller. Komm, 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 komm. Drohne verloren. Schicke eine Kobra als Unterstützung. Ja, ist ja gut. Du wirst diesen Kontrollraum nicht leben verlassen. Schauen wir mal, wer hier was Leben verlässt. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Aha, alles klar. Wumms. Einer noch. So, den letzten werden wir ja wohl auch noch kriegen. Die machen mich echt böse Auer. Aber ich mach auch Auer. Und zwar jetzt. Wumms. Bäm. So, und jetzt wollen wir noch mal schauen. Du sitzt in der Falle, dunkler Ritter. Ein guter Kaffer. Aber jetzt bist du dran. Zeit, die Raketenwerfer auszuschalten. Muss ich auch sagen? Dach ist sauber. Ziel ist im Kontrollraum. Rücken vor zum Sichern. Hände weg, Lieutenant. Er gehört mir. Erwischt. Okay, okay. Ich geh überhaupt. Wo ist er hin? Partik-Schutzschild aus. Überwacht alles. Nein. Ist doch scheiße. Okay. 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 Wir sind noch im Zeitplan. Jetzt beginnt die letzte Phase. Deine Geduld wird belohnt werden. Bald. Er kann unmöglich raus sein. Wir hatten die Tür im Blick. Irgendwo gibt's einen Weg. Pirimeter geklärt. Wir helfen. Verstanden. Er ist fort, Sir. Ist er. Batman hat wohl Schnellschiss. Ich hatte mich darauf gefreut, ihm eine Kugel zu verpassen. Denkt daran. Er kann es mit euch allen aufnehmen. Nicht ausschalten. Nicht mal für eine Sekunde. Und jetzt, Sir? Er ist irgendwo da draußen. Findet ihn endlich. Hä? Weitet die Suche aus. Er kann nicht weit sein. Was ist denn jetzt los? Wer bist du? Noch nicht dunkler Ritter. Nein. 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 Das ist ein Scheiß. Nein. Das ist ein Scheiß. Wirklich. Du solltest besser aufpassen, Betsy. Da drin sind zwei von uns. Ich sehe, dass er das wieder alles machen muss jetzt. Oh. Oh. Nein. Oh, was warandra? Oh, was war. Oh, mein Name gesehen wurde aus. Oh, traut mich. Was hatte ich noch nicht in den B morale? Nein! Oh, das ist doch scheiße. Oh, das ist doch beschissen. Ich glaube, da werde ich ein paar Anläufe brauchen. Oh, das ist doch ein paar Anläufe. Oh, das ist doch eine Anläufe. Oh, das ist doch ein paar 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 Anläufe. Anscheinend ja. Oh, das ist doch ein paar Anläufe. Oh, das ist doch ein paar Anläufe. Oh, das ist doch ein paar Anläufe. Batman wird den Cloudburst nicht finden. Er kann nicht rechtzeitig die ganze Stadt durchkennen. Er wird es dann schon herausfinden, wenn es so weit ist. Und ab zum Murrenturm. Hm. Oh, scheiße! Es ist Batman! Bring uns hier raus! Batman ist einfach so durch eine Wand gefahren, als wäre sie gar nicht da. Ich sag's dir Mann, wir hätten mit den anderen abhauen sollen. Bist du irre? Die Stadt gehört jetzt praktisch... Im Uhrenturm. Okay Leute, wie es hier aber weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Lasst natürlich ein Abo da, würde ich mir auch riesig drüber freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ruhig in die Kommentare reinschreiben und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!